Diesen Trick sollte jeder Survivaler kennen, denn wenn du dein Lager aufschlägst und du deinen Rucksack nicht in den Dreck legen möchtest, dann schnapp dir einen stabilen geraden Stock, geh anschließend zu einem etwas dünneren Baum und stecke den Ast durch die Träger hinten durch. Jetzt hängt dein ganzer Rucksack bequem am Baum und du kannst dein Lager ganz gemütlich aufschlagen. Bitte folge jetzt für mehr Videos.